Guten Tag, mein Name ist Pia und ich bin Verkäuferin hier im Modehaus. Bestimmt kennen Sie das. An den Kassenbereichen finden Sie immer unterschiedliche Drehsäulen, die mit Accessoires bestückt sind. Leider sehen diese oft ziemlich langweilig aus und passen nicht zum Interieur des Shops. Wäre es nicht schön, wenn es die Möglichkeit gebe, Ihre Säule speziell nach Ihren Wünschen zu gestalten? Das Switch & Cell System der Firma Plexotec bietet genau diese Möglichkeit. Das System lässt sich innerhalb kürzester Zeit werkzeuglos aufbauen. Wie einfach das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt einmal. Die Paneele lassen sich durch ein einfaches Klicksystem an der Säule befestigen. Zum Abschluss werden diese einfach nur mit einem Sicherheitsdeckel gegen das Ablösen geschützt. Die Paneele sind standardmäßig mit einem Spiegel versehen. Diesen können Sie aber austauschen und beliebig mit Ihrem Firmenlogo oder anderen Motiven gestalten. Switch & Cell bietet Ihnen unterschiedliche Arten von Panelen. Unifarbene Paneele, individuell bedruckbare Paneele oder Paneele, die Sie mit Bildern aus der Switch & Cell Datenbank bedrucken können. Für jede Säule gibt es einen speziellen Topper, auf dem Sie Ihre Werbung platzieren können. Für die Verwendung an den Säulen wurden spezielle Kunststoffhaken entwickelt. Darüber hinaus gibt es aber auch Metallhaken oder Acrylhaken. Als ganz besonderen Eyecatcher können Sie Ihre Säule durch ein Lichtelement erweitern. Die Funktionalität der Säule bleibt dabei uneingeschränkt erhalten. Neben den Paneelen ist aber auch die Bodenplatte der Säule individuell gestaltbar. Neben den schon erwähnten verschiedenen Haken aus Kunststoff, Metall und Acryl gibt es weitere verschiedene Acrylelemente, wie zum Beispiel der Schalhalter, Acrylschütten in verschiedenen Größen sowie eine Acrylablage. Für die Kombipaneele hat Switch & Cell einen speziellen Acrylbrillenhalter entwickelt. Selbst individuelle Drucke mit eigenen Fotos können jetzt realisiert werden. Dazu laden Sie einfach Ihr Foto auf die Switch & Cell Webseite hoch. Ich fasse noch einmal zusammen. Schneller Auf- und Umbau ohne Werkzeug, individuell anpassbar, aufmerksamkeitsstark und kostengünstig. Das alles ist Switch & Cell, Ihr individueller Verwandlungskünstler am PUS. Sollten Sie noch weitere Fragen zum Produkt haben, lassen Sie sich jederzeit telefonisch vom Switch & Cell Team beraten.